Maximal halt dieser Turm. Aber ich glaube es ist schon wieder so weit zu weit. Dich aktiviere ich schon mal. Ich guck dann nachher, wenn das wieder ein Überlebensschrein ist, bin ich weg. Ich riskiere es einfach mal. Nein, Turm. Ich hätte gern ein paar Drachensteine. Sie flattert da auf jeden Fall noch rum. Hm. Machen wir es doch. Geh wieder hinter an den Schwanz und fang da an. Machen wir es doch. So, Momo, was machst du? Nur zur Info, alles, was ihr euch hier vom Lichtdrachen holen könnt, ist von den Drachenzutaten das Schwächste. Höchstwahrscheinlich, weil man halt, äh, weil der Drache eigentlich überall sich rumflügt. Während die anderen ja, die anderen muss man ja suchen. Holen wir uns von ihm auch einfach eine Klaue? Oder was anderes? Oder ich habe mir einen Horn, ich glaube ich habe mir einen Horn. Ja, nicht runterfallen, Link, nicht runterfallen. Okay, ich nehme jetzt vielleicht nicht alle mit. Cool, dass ich sogar noch ihre Haare behalten durfte. Du hast ja eh keine Seele, Zelda, ne? Heißt, ich kann das ja mal kurz machen. Schuppe, ich habe doch gegen das Horn gehauen. Och, Mann. Und jetzt kriege ich natürlich eine Sparte. Nee, das kann ich mir noch nicht zurückholen. Aber ich glaube ich noch nicht genug Ausdauer. Aber eigentlich schon, aber ich riskiere es jetzt mal lieber noch nicht. So. Aber ich finde das so. Und wenn ich nur nicht schossen hätte dafür... Ich kann mir noch nicht mal extra gucken, wer das hier schickt. Kann die sich ewig nicht einfach unter460? Okay, jetzt habe ich doch keiner weiß, bin ich. jetzt. Ja genau, also das Konstrukt da unten muss ich fertig machen und da ist halt wieder so eine Kühnheitsprobe. Ich geh zuerst mal zu der Probe rüber. Iiiiih, ist das da Miasma? Okay, es ist nicht auf der Insel, es ist da unten das Schloss, okay. Ich dachte jetzt schon. Na toll, die drehen sich. Ich muss auf jeden Fall noch mal ne Runde zwischenlanden. Ich muss auf jeden Fall noch mal ne Runde sein. So, wo ist das Zustand, wie du kannst? Ruck da! Ach, die Katzen töten sich schon wieder. Oh, ich komme! Mein Gott, Nina! Wo, wo? Nein! Ich bin nicht. Ich bin nicht zu b. Ich bin nicht zu b. Ich bin nicht zu b. Ich bin nicht zu t. Ich bin nicht zu b. Die bewegen sich tatsächlich. Also. Oh, aber dann den also fehlt. Untertitelung des ZDF, 2020 Plötzlich ist da ein Schreien. Ja, jetzt ist ein Bandschein in der Nähe, sehr gut erhören. Oh, was ist ein Wander, ihr zwei? Ja, dann bleib auch dein Lieber. Kann ich die da eigentlich auch reinwerfen? Ach, du Schreck! Möhmöhm! Möhmöhm! Okay, Überlebensschreien, ich bin weg. Und tschüss! Überlebensschreien habe ich momentan gar keine Lust. So, warte, dann kann ich dich erstmal wieder wegmachen. Wie hießen der hier unten? Das war... Gimit gibt die Teilen, der kann gar keine Ahnung schreien! Okay, das ist ein Rätsel schreien dann gehe ich dazu erst rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ja, klar. 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 Ja, okay, dann nehme ich jetzt halt den extra Schild weg. Hatte ich dich überhaupt fotografiert? Nein. Für ein paar Waffenkammern für mein Haus sollte ich mir vielleicht mal bauen. Oh, ja, klar. Oh, ja, klar. Geh mal aus. Geh mal aus, du machst dich nervös. So. Das klingt so ekelhaft. 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 εu텨 просто. Das klingt so ekelhaft. Das klingt so ekelhaft. Das klingt so ekelhaft. Ich ... du bist mit einem Schild Giul Untertitelung. BR 2018 Oh, ho, ho, ho. Kann ich mir jetzt eigentlich schon wieder Donnerbogen holen? Ja. Gib her. Okay, Vogelfrüchte habe ich genug. Gut, darum geht es jetzt ans Blockkonstrukt. So. Okay, ich habe meine Ultrahand noch aktiviert. Oh, das wird jetzt wieder lustig. So gar nicht. Und hier aus bemerkt er mich schon? What the hell? Verdammt, das war jetzt doof. Da bin ich schon wieder übermütigt geworden. Weil das Alpha, das heißt, es ist natürlich ein bisschen schwächer als das vorherige. Oh, sind jetzt schon wieder meine Donnerblumen? Da. Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, hat sie es wirklich noch überstanden? Nein. Danke. Okay. 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 So. Okay. Okay. So, eineil- Und. Komm rauf hier. Nein. Oh. 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 Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das ausreicht. Ich habe Zweifelung, wie das das so ist. Soll ich ihn raus. Sollte. Das ist jetzt eine etwas doofe Ausgangsposition, ehrlich gesagt. Boah! Boah! Ich will es doch einfach nur gerade haben. Nein! Jetzt will mich das Spiel verarschen. Warum springt er nicht? Hello, Mina. So, den ganzen Spaß nochmal. Ich hoffe wenigstens, dass das Vieh jetzt nicht mehr da unten rumläuft. Durfte ja nicht, war ja noch kein Blutmond. Ja. 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 So sieht's doch schon besser aus. Ja. Jetzt bin ich wieder raus. Es reicht lang, Gamm, Leute. So, irgendwann ist es auch mal gut. So, irgendwann ist es gut. Ja, bitte mal den Schrein her. Dankeschön. Okay. 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 So, wacht da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Über mir sehe ich zumindest nichts Aber unter mir halt auch nicht Ach doch, da! Ach, das ist doch... Oh, nee, das ist die, die in den Untergrund runterfällt, ne? Ich esse jetzt was, was mir Hitzeschutz gibt Und dann geht's hier unten wieder zum Stall, der Schloss Muss ich Impa eigentlich gar nicht sagen, was ich rausgefunden habe über die Tränen? Muss gleich nochmal ins Tagebuch gucken Ähm... Nein, Tagebuch Nö, offenbar nicht Ich könnte natürlich dem Kumpelchen hier nochmal helfen Ich kann es nicht sagen, was ich nicht zu vermitteln habe aber das ist Mir fällt gerade ein, ich kann doch einfach irgendwas mit einem Kälte-Effekt an mein Schild kleben und dann habe ich doch hier permanent Witzenschutz, oder? Also zumindest... Zumindest bis der Schild dann kaputt geht. Gut, dass du es auch mal merkst, dass das Gerümpel weg ist. Ah, ich kriege wenigstens mal einen Stallpunkt, okay. Ja, die Bilder. So, habe ich noch Saphire? Ich habe auf jeden Fall noch Drachensteine von Naidra, die müssten ja eigentlich auch gehen. Ich nehme den so vier.